Und jetzt gibt es Wunderball. Ja, das ist aus Deutschland. 5 Pack. Er sieht fast aus wie so ein Knebel. Ja, 0 bis 5 ist nicht empfehlenswert. Also 6 Jahre sollte man schon sein. So, das ist jetzt eine Art... Ja, das ist richtig harter Candy. Und die sagen, das ändert die Farbe. Als ich reingemacht habe, war es blau. Jetzt ist es so hellblau. Ja, jetzt ist es Türkis. So, jetzt wird es weiß. Jetzt kann man es auch in zwei Teile beißen. Ja, und dann hat man innen drin die Kaugummimasse. Ja. Ja, kennt ihr das? Habt ihr schon mal gegessen. Die Firma heißt Z Candy. Ja, das muss man wirklich lützen. Das kann man nicht zerkauen. Das geht nicht. Erst an einer bestimmten Stufe. Ich finde es ganz nett. So, das ist Wunderball. Original. Von Z Candy. Which is some sort of... Ja. Hard Candy slash Bubblegum in the middle. Ja. Und es ist wirklich nicht recommended for under 6 oder 8. Und du wirklich musst du es. Und die lustige Geschichte ist, es verändert sich die Farbe. Ja. Ich habe es demonstriert. Ja. Ich denke, es ist eine ganz gute Idee. So, ich habe es mir gewählt. Ja. Da sind viele verschiedene Farbe. Ja. Ja. If you ever have tasted it yourself, don't hesitate to leave a comment and share some watching.